ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Laut dem Abendblatt geht die Tendenz aktuell dahin, dass Jonas Bolt bleiben könnte. Die Zukunft von Baumgart ist weiterhin unklar. Laut Bild weiß beim HSV keiner so recht, wie es weitergeht, da der Aufsichtsrat immer noch nicht entschieden hat, wer die neue Saison planen soll. Bolt geht davon aus, dass er bleiben darf. Baumgart erwartet, dass er eine zweite Chance bekommt. Laut Mopo ist noch nicht entschieden, ob Steffen Baumgart noch Trainer bleiben wird. Er muss einige überzeugende Argumente liefern, unter anderem, wie er die Mannschaft verändern würde und ob er es konstant besser machen könnte. Auch wenn er selber überzeugt ist, dass er und auch Bolt bleiben. Zudem stand heute auch der 34. Spieltag an. Wir trafen heute auf den 1. FC Nürnberg. Nach 90 Minuten gewannen wir das Spiel mit 4 zu 1. Unsere Torschützen sind Lukas Poreba und Robert Glatzl, welcher sogar ein Hattrick erzielen konnte. Zudem gewann Robert Glatzl mit seinem Hattrick die Torjägerkanone der 2. Liga mit 22 Toren. Robert Glatzl wurde heute nach dem Spiel nach zu seiner Zukunft befragt. Dazu sagte er, ich kann die Entscheidung noch nicht jetzt treffen. Es sind noch viele Fragen offen. Auch davon hängt es noch ab. Ich kann mir vorstellen zu bleiben. Der HSV ist mein Verein und mein Zuhause geworden. Es wird sich in den Gesprächen, die jetzt hoffentlich folgen, herauskristallisieren, wie es weitergeht. Ebenfalls wurde Last Lobenisch zu seiner Zukunft befragt. Hierzu sagte der 26-Jährige, ich stehe jetzt hier unter Vertrag. Ich kann nicht beantworten, was passieren wird. Zuletzt wurde spekuliert, er könne bis zum EM-Start aus seinem Kontrakt aussteigen. Das bestritt er, ich muss nichts bis zur EM entscheiden. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.